So, das habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Weiter geht's im Programm. Ein Zettelchen. So, er denkt also, er denkt, er macht was Gutes damit. Und die liegen dote Ratten. Schick. Ähm, ich habe den Game Sound ein bisschen lauter gedreht. Danke für euer Feedback übrigens. Ähm, und wir gucken mal, was wir jetzt so finden. Komm schon, Schneecoach. Es ist hier. Das, was du fühlst, ist unsere Versuchung, um die Fluchtwärter zu entfernen. Trächtig, Amandas. Wir waren nicht getan. Deine Kinder sind wegen diesem Akt. Du musst sie finden, bevor es zu spät ist. Was musst du mir tun? Wie kann ich sie finden? Always deeper, Amandas. Durch die Piston-Brumme und in die Tunnel. Dann find die Bilge und flusch die roten Wasser. Ich werde dir helfen, wo ich kann. Aber du musst swift sein, mein kleiner Freund. Okay, mysteriöse Stimme. Ich vertraue dir. Hey, was ist das? Endlich kann ich was hochheben. Und es ist... Eine Monster-Batterie. Irgendwas schönes hier? Also irgendwie... Man könnte auch in Amnesia sonst mehr aufheben. Ich kann hier gar nichts mitnehmen. Nicht mal die... Bitte? Oh fuck, das hat sich ziemlich realistisch angehört, ey. Ähm, ok. Hebel betätigen immer erst, wenn man sich vorbereitet. Ganz wichtig, denk da dran. Fuck, was ist das? Oh, die muss ich bestimmt alle einsammeln. Ja, die sehen aus wie irgendein Key-Item. Kommen die hier rein? Scheiß drauf, los geht's. Ah, hier. Wie öffne ich denn die Mementos, ey? Input. Key-Config. Jump, Crouch, Run, Lean, chen-Lehnd, 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 chen-Lead, chen-Lehnd, quen-Action. Ähm... Ach da, Movement. Miss. Journal-My-Journal-Crosshead-Tablet. J und M. Gut, dass einem das nie gesagt wird. Ach so, ok. Das sind meine Zettel, das sind die gefundenen Zettel und M sind die Aufgaben. Mann? Hä? Oh, das... Verdammt nochmal! Hab ich was verpasst, ey? Ja, aber actions... Ne. Okay, was auch immer Wenn ihr mir irgendwie helfen könnt Ich mein, man hatte in Amnesia noch so ein So ein Heftchen irgendwie Mit derzeitigen Aufgaben Also wenn ihr irgendwie wisst, wie man da rankommt, welche Tasten Much appreciated Was hab ich jetzt überhaupt geändert? Ich habe hier aufgemacht Bandage feet and eyes Small bones in the orchard I have carried this world on my back with its legs about me Damn this wretched soul I am given birth to nothing but machinery Wir sind ein Ingenieur So fühlen sich in den... Schon wieder dieses Zeichen da unten Ui, hey Okay Was auch immer Hier war gerade was zum Untouchen Ach, der Stuhl Hä? Warte, Moment Ich hab das Gefühl, ich will hier rein Das hab ich runtergeschoben Die Fässer haben sich bewegt Und nun? Irgendwelche Buttons Knöpchen, Räder Nein Nein Hier pass ich nicht durch Von hier komm ich Hm, das ist jetzt aber Wobei, seh ich hier irgendwas Diese Rohre sind sehr auffällig Ah, hier runter Vielleicht Na komm, das muss doch gehen Nein Oh, warte, Moment Kann ich mich Nur das Stuhl Oh, ganz klasse Da wollte ich dich haben Komm ich hier hoch Ich kann ja nicht mal irgendwelche Kisten verschieben Oder die Fässer haben Irgendwas mit diesen Seilen hier Oder was? Wieso kann ich das nicht mehr anfassen? Und wieso kriege ich hier irgendwelche Nachrichten? Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört Hier hoch vielleicht? Ja, das sieht doch besser aus Hallo? Ich kann mir nicht vorstellen Dass das hier zur Lösung gehört Oh, warte, hier komm ich lang Oh, ernsthaft, ey Das ist der Lösungsweg? Das kommt mir aber alles sehr skurril vor Shit, jetzt brauch ich wieder so ein Teil, oder? Nee Klack Das war echt ne merkwürdige Lösung Au Tatsächlich, ey Hab ich das richtig gemacht? Na, was auch immer Holy crap Holy crap Der scheint das ja nicht so skurril gebaut zu haben, ey Oh, ernsthaft? Wo muss ich jetzt hin? Achso Meine Güte, was ist denn hier los? Meine Güte, was ist denn hier los? Man kann die Fässer alle überhaupt nicht mehr... Oh, da hinten Überhaupt nicht mehr bewegen, ey Das ist voll schade Klack Ich geh erstmal runter, bevor ich weiter mache Möcht mich ja umgucken Nicht, dass ich hier... Oh, wichtige Notizen vergiss Von Reichenbach writes Immer said in the solution of the Brennenburg compound Open his eyes And cry Oh, where are my legs, sir? Where is my body? We are breaking through the barriers of death itself Oh, my dead darling Lily It is too late for you But I promise you this I will save our children from death And if needed be I will wrench them back from the blackness With this wonderful conclusion Okay, die Frau ist wohl schon tot Und ihr will jetzt noch die Kinder werden Und hier ist was eingesperrt, was ich will frei Nein, von hier kamen wir nicht, schade Na gut Ich habe keine Geräusche gehört Oh, fuck Oh, diese Kinder, ey Ja, ist mir klar, ey Wo war ich denn jetzt hier noch nicht? Na doch, hier bin ich ja richtig Hallo? Hallo? Jetzt heul Lass mich da hoch Hör still, für Gott sei Dank, Hör still, Kind Echt mal. Hier war ich doch auch schon, oder was? Ne, sollte der jetzt nicht auf sein? Nein, Moment. Hier muss ich leben. Ich habe dir gesagt, er würde kommen. Hey, seid ihr da drin? Oder ist mein Geld da drin? Reich, ich bin reich! Oder auch nicht. Was dreht sich denn hier? Irgendwas dreht sich hier. Und los geht's. Falsche Hüchstung. Nein, immer noch nicht. Warum klemmt denn hier alles? Zack. Huch. Ja. Dient der Sicherheit. Und los geht's. Dient alles immer noch der Sicherheit. Power on. Sicherheitsgas. Jetzt fehlt nur noch der hier. Nein. Der große. Ja, jetzt. Sehr gut. Ich musste dekontaminiert werden. Oder wie wäre das? Darf ich jetzt raus? Nein. Ich gehe einfach. Achso. Power aus. Okay. What the fuck? Ach, das Bildschirm wieder. Ich gehe einfach. Bicham! Bicham! Geht weg! Got onyx Mein Bauch kann er, kann er tinderboxen?